Erzähl mir, erzähl mir alles bitte. Ja. Seid dich davor, dass du keine Maske hast und dann dass du ihn aufschallt. Ich habe leider meine Maske verloren. Ja, dann darfst du auch nicht damit fragen. Was du sagst? Ja, die Regierung sagt das. Und du bist die Regierung? Ich bin Österreicher, ja, und sie sagt das. Ja. Ich bin auch Österreicher. Ja, dann musst du wissen, dass du nicht so freund bist. Okay. Ist das alles, was du mir sagen willst? Ja. Okay. Willst du dich jetzt freunden? Nein, weil du nicht dasteigst. Ich steige nicht raus. Ja. Wir müssen nach Hause gehen. Ah ja. Hm. Kannst du dich gerne aufnehmen? Ja. Und kannst du gerne deinen idiotischen Freunden zeigen? Von mir aus, ja. Ja. Danke. Ja. Warum? Damit möchte sie auch aber zeigen. Ja, kr complimentary wider. Ja, ça, Olha. Es ist ganz dritto. Des Courses. estava jetzt alle closeelt. Ja, das ist alles krass. Nee, das ist alles krass. Ich bin es Toppen, was es sind dort. Schleckt das aus? Okay. Ich glaube schon, dass du dich da schaffst. Ich wohne leider gar nichts. Das ist noch ein Wurststuhl, okay. Okay. Das ist noch ein Wurststuhl, okay. Alter, das war auch andere, Alter. Ich habe das hier. Ich hatte es mal, du musst mich da ficken, meine ganze Zeit. Ich habe das schon gut gemacht. Was ist so hübsch, mich? Ja, ich habe auch. Was glaubst du eigentlich? Ich filme dich meiner Serie als halber. Was? Wenn du mich gerade angibst, habe ich dich aufgenommen. Deshalb filme ich dich, okay? Ja, ich kann es gerne. Aber darfst du mich ohne Maske in eine Öffentlichung vergessen? Das gebe ich dazu, ja. Ja, dann steck bitte aus. Ich würde nicht aufsteigen. Nein, ich muss nach Hause fahren, danke. Ja, aber das geht nicht. Weil hier gibt es die Regeln, dass man das aufsetzen muss. Das würde ich gerne aufnehmen. Das haben wir auch genommen, dass ich... Ja, ich würde jetzt auch mitmachen, weil ich mich meinen Vorsitzenden zünden würde oder andere Leute. Also bitte verlass diese Masenbahn. Wenn du so viel Amt hast, dann würden sie mich lieber zu hart zu leiden. Was?